Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sorenity Spiel und zwar starten wir heute mit Maud Lake Mansion, ein neues Wimmerwild Horror-Game. Ja, ich war schon in den Einstellungen und hab brav alles runtergedreht, weil das einem sonst wirklich das Ohr wegbrüllt. So, ich bin nicht Gast, ich möchte bitte ein neues Profil. Ja? Und ich bin meines Wissens nach weiblich? Die Stimme deines Charakters hängt von der Wahl deines Geschlechtes ab. Der Charakter hat eine Stimme. Interessant, das habe ich schon wieder voll vergessen. Ich habe das Game zuletzt 2011 irgendwann gespielt. So alt ist das nämlich auch schon. So, ihr seht auch, ich habe mich ein Stück, bzw. ich habe mich gar nicht verrückt. Ich habe das Game ein Stück nach rechts verrückt, damit wir ausnahmsweise auch mal alles davon sehen und ich nicht immer mit meiner Fratze im Weg bin. Das heißt, ich kann mich eingeblendet lassen bei Cutscenes. So, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Mottlake Mansion Mottlake Mansion Mottlake Mansion Also gut, wir sind im Jahre 1963, das ist gut zu wissen. Darf ich jetzt auch? Ja. Also gut, wir haben unser letztes Geld zusammengekratzt, um nach Mortlake Mansion zu gehen. Ich, äh gut, Amulett und Karte krieg ich jetzt in mein Inventar. Ich entschuldige mich auch... Es ist ungewohnt, dass der Charakter eine Stimme hat. Normal muss ich das alles selber machen. Ähm, was ich sagen wollte, ich entschuldige mich schon mal vorab dafür, wenn ich mit der Maus... ...dann, warte, ich sehe einige Dinge, die möglicherweise sein können. Darf ich auch mal zu Ende reden? Danke. Wenn ich mit der Maus mal daneben klicken sollte, denn das Game ist noch für Epochale 16 zu 4 Zoll markiert und meine Maus ist auch sehr schnell eingestellt und das fühlt sich alles irgendwie komisch an hier gerade. Was brauche ich denn? Eine Uhr, eine Schere, Handschuhe, ein Rabe, Frosch, Löwe, Eildechse, Schlange, Hammer, Axt, zwei Stück, Sense und Stiefel. Ich habe mir nichts gemerkt. Ähm... Ich brauche einen Schuh, brauche ich einen Ventilrad? Ne, aber ich brauche Handschuhe. Ich habe hier so ein Dings da. Ich brauche eine Axt, ich brauche eine Sense. Brauche ich nicht noch eine Schere irgendwo? Ja. Ich habe ein Schloss, brauche ich das auch? Nein. Ich brauche noch einen Hammer, eine Axt, eine Schlange, eine Eildechse, eine Rabe und eine Uhr. Wird sich doch hoffentlich alles hier drin finden lassen irgendwie. Ein Rabe habe ich, eine Schlange. Da, ah, die Schlange sind immer so Figuren, die Tiere. Eine Uhr, eine Axt, eine Eildechse. Da ist das andere Beil. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das sieht aus wie so ein Zapfhahn hier. Da ist der Hammer. Das ist ein Pilz. Was ist das? Das kann ich nicht so ganz identifizieren. Da ist die Eildechse. Und jetzt fehlt mir noch die Uhr, in der ich bestimmt auch schon fünfmal vorbeigerödelt bin. Ist das die Uhr? Nein, das ist ein Kompass oder ein Druckmesser oder sowas. So eine Uhr? Nein. Achja, ich habe schon so lange nicht mehr gewimmelt. Es ist hier eine ganze Weile was ausgefallen hier, weil ich nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Aus gesundheitlichen und technischen Gründen mein Mikrofon... Ah, da unten. Mein Mikrofonständer hat sich verabschiedet. Was man ganz besonders... Herzlichen Glückwunsch! Ähm... Sagt sie jetzt was? Nein. Was sich ganz besonders in der The Park Aufnahme, ähm, alles was vor TalkNet bemerkbar gemacht hat, äh... Ja, ich habe versucht mit Isotope, das ist ein externes Programm, schattenverwahrlos zu sein, zu retten, was zu retten geht. Tja, es ist ein Schloss, gute Frau... Jaaa... Nooo... Einmal ein bisschen daneben geklickt, ne? Ich muss etwas langsamer klicken. Ähm... So, jedenfalls habe ich mir einen neuen Mikrofon... Ja, Halter selbst gebastelt. Das ist sehr provisorisch, es sieht nicht schön aus. Aber es funktioniert. Ich... Ah, warte mal, Menü... Ähm... Ich mache... Ich mache ein ganz, ganz kleines bisschen lauter, aber nicht viel. Damit man sie besser hört. Ja, der... Der Sound ist auch echt wieder gut gebalanced hier. Na nu? Nein, ist es wirklich nicht. Und es sieht hier auch wie bei Hempels unterm Sofa. Ja. Super! Du bist endlich hier! Hörst dich, Zeit ist gegen uns. Jetzt, du brauchst kristalli, weil sie nur nur die können öffnen die Portale. Der erste ist in der Bibliothek. Find ihn. Nö. 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 Elefant, ein Fächer, Frosch, Laterne, Streichhölzer, Pilz, Stift, Tabakpfeife, Schachfigur, Läufer und die Tulpe. Ich habe mir nur den Elefanten die Schachfigur gemerkt. Da ist eine Spinne. Brauche ich die? Nö. Ähm... Mit ein Pilz. Wofür war ich auch ein kleines Blatt? Nö. Hier ist noch ein Schlüssel, den ich nicht brauche. Einen Fächer. Ich habe hier die... Ach, ich habe hier den Läufer. Ähm... Tabakpfeife war das. Eine Tulpe. Die liegt, glaube ich, hier auf dem Boden. Da ist der Krebs. Brauche ich den? Ja. Ein Fächer. Ein Fernglas. Das ist... Ja. Frosch, Laterne, da ist der Pilz. Laterne. Mordlike Mansion ist so eines dieser ganz uralten Spiel, die ich aber immer noch mag. Von der Optik her weiß man ein bisschen was anders ist. Gut, auf einem 4K Monitor sieht das auch etwas merkwürdig aus mittlerweile. Stift. Den da? Das ist kein Stift. Das da war auch kein Stift. Aber ich mag auch die Geschichte von Mordlike Mansion und ich weiß auch noch, dass das Game relativ lang war. Also eindeutig länger als die meisten anderen Froschstreichholzer und der letzte Stift fehlt mir noch irgendwo. Was ist denn da? Komisches Geknödel. Ich kann nie so viel erkennen hier. Ähm... Da ist eine Spinne. Ich muss erst wieder reinkommen. Es ist jetzt auch schon wieder... 2 Uhr morgens. Naja, weil ich so lange gebraucht habe, um das hier alles zum Laufen zu kriegen. Weil ich eigentlich noch eine andere Kamera anschließen wollte, aber das geht nicht. Äh... Wo ist dieser verflute Frosch? Wo sind die blöden Streichholzer? Ich sehe nichts im Moment. Könnt ihr mir mal helfen? Könnt ihr mal drauf zeigen, bitte? Danke. Da. Streichholzer zumindest. Wenigstens die sehe ich noch. Stift und ein Frosch. Also die zwei wollte er jetzt nicht unbedingt erkennen als Stift. Das ist noch eine Brille, die ich hier auch erst gerade entdeckt habe. Hier sind auch Leute Schlüssel versteckt. Vielleicht brauche ich die nachher noch für irgendwas. Ich brauche erstmal so einen dummen Stift und einen Frosch. Was sind das? Komische Engelsfiguren. Das da ist die Spinne. Die habe ich ja schon gesehen. Da ist der Frosch. Ach Gott. Brauche ich noch einen Stift irgendwoher, ne? Ist das da? Nein, du bist kein Stift. Ich suche gerade... äh... Gerade Flächen, aber ich denke immer, dass okay... Stift ist ja in der Regel gerade, also versteckt man den auch ganz gut an geraden Orten. Ich sehe den gerade echt nicht. Du bist nicht der Stift, oder? Das wäre ein sehr merkwürdiger gebogener Stift. Aber auch das soll es ja geben. Verflucht noch eins. Zeige dich. Wo bist du? Komm hervor. Verarsch mich doch. Herzlichen Glühstrumpf. Könnte nützlich sein. So, hier sind auch... Dinge, die ich anfassen kann. Du brauchst einen Kastal. Gut, den kriegen wir ja... Wenn wir in der Bibliothek waren. Ich muss dieses Stück entfernen. Ich habe einen Schüssel, ich habe Streichelze. Weiter werde ich nicht kommen. Das scheint die Bibliothek zu sein. Betreten. Und wir haben einen neuen Ort auf der Karte. Ja, Herr. R's Diary, Day 1. Und wir haben einen Schüssel, der über Magie verliebt. Was für ein wunderschönes Mann hat mich hier verliebt. Tja, offensichtlich ein Mensch, der von dunkler Magie besessen ist. Hm, es ist leer. Ja, kann ich dich das andere mitnehmen? Ich komme nicht ran, das ist zu hoch. Ich habe keine Leiter hier momentan, ne? Ja, toll, da komme ich ja auch so gut durch im Moment. Na schön, na schön. Schatulle, Auto, Umschlag, Dominostein. Ich versuche erstmal das zu finden, was ich hier als erstes habe. Eine Schatulle, ein Auto, ein Dominostein und ein Umschlag. Äh, hä? Da ist der Umschlag. Das ist, war definitiv was anderes, ähm, was ich aber auch gebrochen konnte. Da ist ein Auto, das war jetzt ein Dominostein, das ist noch nicht. Das ist ein Würfel. Ähm, auch den werde ich noch finden, ich schwöre es. Wir werden hier rauskommen aus dieser Szene. Äh, na gut. Ich finde weder die Schatulle noch den Dominostein, was ist, äh, nee, nee, nichts davon ist alles richtig. So, äh, Billiardkugeln, zwei Stück und zwei Würfel. Na gut, die habe ich wenigstens schon mal gesehen irgendwo. Die Billiardkugeln sollte ich nur noch finden. Du bist keine Billiardkugel, du bist eine Kugel, aber nicht die, die ich will. Kann ich hier eigentlich irgendwas auf... Du bist die weiße Kugel. Bist du die Schatulle? Ja. Ich brauche noch eine andere Billiardkugel. Auch die werde ich finden. Schlüssel und ein Ritusmesser. Könnte das da sein? Könnte das hier sein? So, Schlüssel bräuchte ich auch noch ein paar. Oder, oder nur einen, je nachdem. Nein, ich möchte nicht zur Spielanleitung. Geh weg, Spielanleitung. Nein. Haselnusskamera und Mikroskop. Oh, ich bin echt mega blind hier. Das ist gerade voll anstrengend für mich. Zum, zu sehen. Du bist eine Kastanie, definitiv. Du bist keine Haselnuss, aber naja. Zur Not klicke ich einfach alles an. Irgendwas wird dann schon das Richtige sein, ne? Der Mikroskop, das ist ja so offensichtlich eigentlich. Das wollte ich finden, aber... Ja, das da hinten ist das Mikroskop. Hast du die Schat... Nee, die Schatulle habe ich, glaube ich, schon, ne? Dominostein, Schlüssel und ein Billiardball. Einschlüssel, ja. Fehlt mir noch der komische Dominostein und der Billiardball. Ich habe das bestimmt schon allerlängst gesehen. Ich weiß es doch. Da sind so ein Spielkarten im Eck. Ähm, was bist du? Du bist ein Radiergummi. Du bist ein Schmetterling. Ähm... Du bist irgendeine andere Marke. Du hast was Rundes. Hier ist ein Ball. Lege ich nicht auf. Das ist definitiv nicht der... Das ist Billiardgörnese, der Ball. Wo ist der komische Dominostein? Äh... Nichts. Das ist keine Billiardkugel und die habe ich vorhin im Übrigen angeklickt. Ja, nur mal so. Das Spiel ist ein bisschen wählerisch, wenn man Dinge anklickt. Das sind doch keine Dominosteine. Das sind Spielkarten. Wo ist der verkackte Stein? Komm her. Ich frage mal die... Ich frage mal die Hilfe. Oh. Ja, ja, ich gebe zu. Den habe ich wirklich nicht gesehen. Ich habe eine Schüssel. Was mache ich mit einer Schüssel? Magie, Alchemie, Astrologie. Ähm. Da komme ich wieder zurück in den Flur. So viele magische Bücher in diesem Bücherregal. Es muss sehr wertvoll sein. Noch ein Kristall, den ich nicht habe. Hat das irgendeine Bedeutung? Muss ich jetzt so lange drehen, bis irgendwas passiert? Nein, wohl nicht. Vom Tisch kann ich nichts klauen. Da hinten komme ich nicht durch. Glaube ich zumindest. Der Code müsste hier hineinpassen. So, gut, gehen wir halt mal zurück zum Flur. Ich habe Streichhölzer und ich habe eine Schale. Das ist blockiert. Das ist blockiert. Ich hoffe, das Haus bricht nicht zusammen. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Ach, ich habe mir die Leiter geklaut. Schön, die Leiter, die ich nicht entdeckt habe. Ähm. Was habe ich denn da jetzt? Ein Zapfhahn. Äh. Ja. Toll. Fragezeichen? Was mache ich denn damit? Zapfhahn. Äh. Ja. Wo stecke ich den denn rein? Da unten? Da ist ein Frosch. Äh. Da. Jetzt habe ich Wasser. Kann ich das jetzt unter... Schale? Kann ich da jetzt auch Wasser mitholen? Nein. Ich darf nur das Auge nehmen. Das reicht mir aber auch schon. So. Oh, der gewinne Kristall. Wir dürfen weitermachen. So. Komm mal da rein. Äh. Äh. U, V und W. Äh. Da muss ich den in der richtigen Reihenfolge drücken. Wo ist denn mein U? Da? Nee, das war das V. Brauche ich noch das normale U? Ach, ist egal in welcher Reihenfolge. Das ist schön. Ähm. Das E. Das T. Das L. Hier das T. Wo ist das L? Das Dingensbummens. Das M. Das W. Wo ist denn das M? Komm her. Das F. Ah. Das H. Das umgedrehte C. Oh. Das H. Das umgedrehte C. Ähm. Die Pyramide. Das unverständliche Gekritzel. Dann das T. Und das da. Okay, vier Stück bleiben übrig. Düstere Bibliothek. Ich komm nicht raus, hier schwebt alles. Die Creepers, wo bin ich? Wo bin ich? Ja, reg dich doch mal ab, gute Frau. Trank und Elixiergeheimnisse. Na, lesen wir mal. Oh, eine Rabenfeder. Ähm. Basilik. Was? Basilikumtränke, die Glasschüssel und ein Brenner. Dreimal die Fremdsubstanzen in den kochenden Basilikumtrank. Der Trank verleiht die Gabe des Sprechens nicht nur den Stummen, sondern auch den Säugetieren und Vögeln. Okay. Paus Rabe hat uns gerade einen Besuch abgestattet. Schauen wir mal, was können wir denn hier alles anfassen? Galaxie sieht so echt aus. Ich sollte besser vorsichtig damit sein. Ja. Ja. Da fehlt was. Ja, natürlich. Da komme ich in die normale Bibliothek zurück. Okay, der Rabe hat scheinbar Platz gemacht. Er saß ja eigentlich hier. Was brauche ich denn dafür? Basilikum. Dieses und die komischen Zutaten brauche ich angeblich. Wie könnte ich es anzünden damit? Das grünes Feuer ist immer sehr heimelig. Du brauchst einen Basilikumtrank. Ja. Wo kriege ich den denn jetzt her, ne? Was ist der, der am Fenster stand? Rein damit. Da muss ich bestimmt die ganzen Zutaten, die auf den Tisch rumgammeln, da reinwerfen. Das grünes Feuer ist immer sehr heimelig. Das grünes Feuer ist immer sehr heimelig. Was ist etwas heimelig. Da hat sich jemand, der l Glas krummel is. Am Flach, der reinget davon hat. Die土äkler hat ein Problem. Und da ist dein …